Stadion laufen, die erste Runde im Stadion, so und ab jetzt bitte liebe Läufer etwas rechtsbündig probiert bitte eine Gasse links offen zu lassen für die Läufer die gleich von hinten kommen und euch überrunden wollen, bitte rechtsbündig laufen und zur linken Seite einen durchlassen. So, die schnellen Viertelmarathonläufer sind jetzt hinten in der Erdinger Kurve und jetzt wird es interessant, bitte lauft jetzt rechtsbündig, bitte lauft rechtsbündig, ihr werdet gleich von hinten überrundet, bitte rechtsbündig laufen, ihr werdet gleich von hinten überrundet, bitte rechtsbündig laufen, ihr werdet gleich von hinten überrundet, bitte lauft jetzt alle rechts, damit die schnellen von hinten an euch vorbeiziehen können und da kommen die schnellen Läufer, bitte rechtsbündig laufen. So, bitte rechtsbündig laufen, damit die schnellen an euch vorbeiziehen können, bitte rechtsbündig laufen, so, ihr müsst eine Runde im Stadion laufen, bevor es nach draußen geht, auch das wird da hinten natürlich zauberhaft durcheinander. Die rechtsbündigen laufen bitte eine Runde, die linksbündigen laufen aus dem Stadion heraus. Was für eine Logistik, ich bin begeistert. So, die rechtsbündigen laufen eine Runde im Stadion, die linksbündigen laufen aus dem Stadion heraus. Was für ein Wort, ich habe so häufig in meinem Leben noch nie rechts- und linksbündig gesagt, das hat aber nichts mit dem Hosenhund zu tun. So, die rechtsbündigen laufen aus dem Stadion, die rechtsbündigen laufen aus dem Stadion heraus.